hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown shop news mit mir dem herrn gleich und auf unserem kanal sofort ein gleich so ja heute gibt es eigentlich hier nichts neues erstmal die action spanker box war das letzte mal auch schon da mythic teddy pack auch letztes mal schon da gehen wir direkt in die combo mastery und schauen uns mal an was es da heute im angebot gibt da haben wir als allererstes mal hier den workout body und der workout body ist jetzt nicht gerade der oberbörner kommen wir gerade mal hier zeigen wie der ding aussieht hier workout body was soll ich dazu großartig sagen teddy mit sportkarten aber sorry das lohnt sich nicht wirklich könnte vergessen also dafür 500 gems auszugeben das wäre vergeudet also lohnt sich nicht gehen wir gleich in die nächste combo mastery rein und was haben wir da da mein skydiving hängt skydiving hängt jetzt habe ich hier noch die workout body drin skydiving hängt hier da ist er auch die die combo für 500 gems hängt hier mit flugzeug oder flugkarten und da habe ich das letzte mal den peter copter gesehen peter copter da ist planet express schiff lohnt sich auch nicht wirklich für das geld 500 gems no way auf keinen fall macht das nicht leute hier geht es weiter jetzt haben wir als nächstes umbriel am start und umbriel ist hier frei mit einer animal karte ja umbriel habe ich auch schon gespielt wenn ich meine karten supporten wollte haben wir ja hier einmal bodyguard relativ hoch gerade wenn man hier in iraik lobsters zum beispiel am start hat dann auch der der push zur seite dann haben wir noch mal krippel mit dabei also umbriel kann schon ganz schön entscheidend sein in einem match finde ich nicht schlecht 1000 kann ich jetzt moment nicht mehr dafür ausgeben weil ich es einfach nicht mehr habe rumble läuft ja aktuell noch waren jetzt einige andere kombos gewesen wo ich vorher schon 1000 steine investiert habe jetzt müssen wir erstmal abwarten bis durch den rumble wieder welche reinkommen gucken wir mal also umbriel wer noch welche frei hat und frei hat und animal kombos spielt ja also schon nicht schlecht ne so dann gehen wir mal weiter in die nächste combo rein und ich musste ja schon lachen als ich es gesehen habe wir hatten erst vor kurzem drüber gesprochen weil es ja jetzt diese legendary lois griffin combo gibt und hat man noch die die rambo lois gerade am starten ich könnte das war eine absoluten anfangszeit gewesen von animation throwdown rambo lois oh mein gott da gab es schon das ein oder andere match das ich wegen der verloren habe ich kann schon am fluchen gewesen und hab panik bekommen wenn die aufs spielfeld kamen damit ihre gatlingern da die rambo lois wer hier seht dabei war sie früher noch nicht mal so stark wenn ich mir das momentan anschauen hier so in die lois mit einem mit einem rifle das war nichts ne gerade mal weil wir jetzt gerade mal 11 angriff 6 punch aber so eine anfangszeit war das schon wenn einer die rambo lois gehabt hat und du hast noch viele graue karten gehabt und ein paar grüne da war die schon habt am start aber es ist ja nix mehr hier also ja ray gun 15 angriff 13 punch 11 angriff 13 14 angriff 12 punch ja ist nicht wirklich stark wenn wir uns das ding hier angucken ich weiß nicht ob ich dafür jetzt die 1000 steine ausgeben würde ich denke es eher weniger und jetzt für andere kommen muss er sparen die dann richtig reinhauen wenn die hier drei drei schaden mehr macht kriegst du trotzdem kein first it hin also 26 oder 25 26 angriff schaden auf einmal damit anfangen also oben im secret fight club auf jeden fall nicht mehr ja also einzige combo die ich jetzt wie gesagt heute empfehlen kann ist um real alles andere können da eigentlich relativ gut vergessen also wenn es euch gefallen hat lasst mal ein like da ihr könnt auch gerne in eure kommentare mal reinschreiben was ihr von den kombos haltet welche kombos gefallen euch welche habt ihr euch geholt oder wie auch immer ja und würde ich mich auf jeden fall sehr sehr freuen und abonniert meinen kanal leute die klark und schadet sich mal wieder ein wenn es wieder heißt animation slowdown mit mir immer gleich macht's gut bis dann und tschüss